Hallo zusammen, ich bin es Nathalie und mache ein KV in der Agathon AG. Ich zeige euch heute, wieso mein Alltag ist. Kommen doch mit! In meiner Lehre bekomme ich einen Einblick an Empfang, Verkauf, Export, Buchhaltung, Einkauf und HR. Im Agathon gefällt mir am besten, dass man mit sehr vielen Menschen zu tun hat und alle sehr hilfsbereit und nett sind. Das KV hier ist sehr abwechslungsreich, dass man auch in die Produktion, in die Spedition und ins Lager sieht. Und mit all den Abteilungen, das macht es ziemlich abwechslungsreich und man sieht immer etwas Neues. Mir macht vor allem Spass, dass der Agathon international ist und dass man sehr viel mit Sprachen zu tun hat und es auch brauchen kann. Jemand, der bei uns gerne die Lehre machen, sollte vor allem offen, freundlich und hilfsbereit sein. In Agathon haben wir eine Du-Kultur. Alle Ausbilder und Mitarbeiter begegnen uns Lehrlingen auf Augenhöhe. Wir essen auch alle zusammen zu Mittag und haben sehr gut untereinander. So, jetzt habt ihr meinen Alltag gesehen. Falls es euch gefallen hat, bewerbt euch noch heute. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017